das Bett Emotion von der Firma Tesla Dreams vorstellen. Dieses Modell wollten wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Auch wenn es hier nur die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Farben gibt, Grau und Anthrazit, und auch nur zwischen zwei verschiedenen Größen, 1,60m x 2m und 1,80m x 2m, ist dieses Boxspringbett ein absolutes Highlight. Und das liegt vor allem an seiner Technik. Die vier Boxspringbetten, übliche 7-Zonen-Taschenfeder-Kernmatratze und der Kaltschaum-Topper sind beim Tesla Dreams Emotion nämlich elektrisch verstellbar. Beide Seiten des Bettes können individuell durch eine kabelgebundene Bedienung unabhängig voneinander eingestellt werden. Damit wird Lesen, Fernsehen schauen oder auch Essen im Bett, auch ohne 20 verschiedene Kissen, zum Kinderspiel. Besonders angenehm ist auch die Einstellung des unteren Teils des Bettes, sodass man im Tesla Dreams Boxspringbett im wahrsten Sinne des Wortes entspannt seine Füße hochlegen kann. Das Schöne, für diesen Luxus zahlt man auch nur ein wenig mehr Aufpreis als für andere hochwertige Boxspringbetten ohne diese Funktion. Es lohnt sich hier also auch auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, wenn man sich für diese Funktion grundsätzlich erstmal interessiert. Kundenmeinungen sowie den aktuellen Preis des Tesla Dreams erfahrt ihr über den dritten Link in der Videobeschreibung.